Reims ist eine wunderschöne Stadt im Nordosten Frankreichs, die mit ihrem ganz besonderen Flair ihre Besucher sofort begeistert. Nur wenige Kilometer von hier entfernt befindet sich die kleine, nur 210 Seelen zählende Gemeinde Sauss-Champanoise. In den letzten Wochen ist hier der gewaltige Windpark der Green Energy 3000 GmbH entstanden. Acht Windkrafträder erzeugen 20 Megawatt bzw. 59.000 Megawattstunden im Jahr. Damit können 12.500 Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgt werden. Mindestens 20 Jahre wird der Park in Betrieb sein und damit sich auch in Zukunft alle Räder drehen, wird der Park von der Green Management 3000 GmbH überwacht. Um schnell auf mögliche Störungen reagieren zu können, hat man am 1. Oktober 2014 in Reims ein Büro eröffnet. Hinter mir sehen Sie das Büro, welches wir in Reims eröffnet haben. Wir sind ca. 45 Autominuten von Sauss-Champanoise entfernt. Das erlaubt es uns im Rahmen der technischen Betriebsführung bei Bedarf sehr schnell am Standort eingreifen zu können. Für die Green Management 3000 GmbH ist diese Nähe vor Ort sehr wichtig. Mit dem Windpark beginnt unsere Green Management ein zweites Standbein aufzubauen. Die Betreuung des Windparks erfolgt parallel über unsere Zentrale in Leipzig und unser neues Büro in Rens. Unsere Tochtergesellschaft wird mit französischen Ingenieuren dieses Projekt betreuen und natürlich auch gern allen anderen Betreibern von Wind- und Solarparks in Frankreich mit ihrem Know-how in der Betriebsführung zur Verfügung stehen. Diese Präsenz vor Ort garantiert den Investoren, die Leistungsdaten der Anlagen rund um die Uhr abrufen zu können und im seltenen Fall einer Havarie die sofortige Beseitigung der Störquelle. Vor allem aber bedeutet es die Bereitstellung von grünem, sauberem Strom für 12.500 französische Haushalte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 oder